Hallo und herzlich willkommen bei den Plattentipps von Lehmann Audio. Schön, dass ihr wieder da seid. Direkt am Anfang der Hinweis, wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, möge das bitte tun. Am besten mit dem Glöckchen, damit ihr keinen Beitrag verpasst. Ansonsten freue ich mich immer über Kommentare, Empfehlungen aus der eigenen Plattensammlung, Likes natürlich sowieso, klar, keine Frage. Und ja, ich habe wieder einen bunten Strauß an Platten mitgebracht, einen absoluten Gemischwarenladen. Wir fangen an mit einer Schallplatte aus dem Jahr 1963 und zwar von Esther Oferim, Songs der Welt. Das ist ein großer Titel und es sind im Prinzip Traditionals und Folksongs drauf, die wirklich von rund um die Welt stammen. Und die hat sie eingesungen mit ihrem späteren ersten Mann, also da waren die wohl schon verheiratet, mit Abi Oferim oder Abraham Oferim, der auf der Rückseite der Platte abgebildet ist, der aber auf dem Titel keine Erwähnung findet. Die Platte ist damals erschienen in der sogenannten Philips-Twen-Serie. Es gab damals eine Zeitschrift, die hieß Twen. Die ist seit Ewigkeiten eingestellt und die richtete sich an den, ich sage mal, jungen Erwachsenen. Und das ist sozusagen extra dafür herausgegeben worden und ist auf jeden Fall schön anzuhören. Also die Sachen sind schön arrangiert und sind auch schön orchestriert und es war durchaus eine, denke ich mal, vergleichsweise aufwendige Produktion. Auf jeden Fall alles richtig schön akustisch und macht Freude. Ein Jahr vorher haben die Everly Brothers die LP Instant Party eingespielt, also im Jahr 1962. Und Don und Phil Everly haben im Prinzip, kann man sagen, zum Teil den Grundstein gelegt für das, was dann zum Beispiel die Beatles oder auch Simon und Garfunkel später gemacht haben, nämlich mehrstimmigen Harmoniegesang. Die beiden hatten ja eine sehr, ich sage mal, prägnante Stimme. Und die haben jetzt hier Titel drauf gehabt, Jazzbell, Oh My Papa, True Love. Und ja, das ist, die haben damals halt so Folk und Bluegrass und Hillbilly gemischt und dann aber halt eben mit ein bisschen Rock'n'Roll und hatten damit einen ziemlich großen Erfolg. Don und Phil Everly waren auch Gründungsmitglieder der Rock'n'Roll Hall of Fame und sind dann, glaube ich, irgendwann in der Liste auch aufgetaucht als irgendwie Platz um die 30 rum der besten Live-Acts. Und ja, das ist auf jeden Fall, wenn man speziell auf diese Zeit steht, auf die Musik der Zeit steht, sicher ein Anspiel-Tipp. Ja, jetzt wieder was tatsächlich komplett ganz anderes, nämlich aus dem Jahr 1978. Wolfgang Riechmann, Titel Wunderbar, das ist elektronische Musik und dieses Album, was ich hier habe, ist das einzige Solo-Album von Wolfgang Riechmann. Ich erinnere mich, ich habe das damals vorgestellt, gehört, in einer von diesen Spezialsendungen, die es damals beim WDR noch gab, wo also, ja, je nachdem, an was für einem Tag man da was hörte, gab es eine Sendung, die beschäftigte sich mit Jazz-Neuerscheinungen, eine mit elektronischer Musik und eine mit Rock-Neuerscheinungen oder halt eben interessanter Musik. Und da war das bei dieser elektronischen Musik dabei. Und ja, das ist, muss man sagen, ziemlich tragisch, weil Wolfgang Riechmann hat die Erscheinung dieser Platte nicht mehr erlebt. Der hat als 20-Jähriger angefangen, Musik zu machen und hat dann an irgendeinem Punkt, ja, einen Hauptberuf gehabt, war dann Sozialarbeiter und hat ab 1977 an seiner Solo-Karriere gearbeitet und hat diese Scheibe vom November 1977 bis zum Januar 1978 produziert, ist aber dann im August 1978 in der Düsseldorfer Altstadt völlig ohne irgendwie einen Anlass von zwei Betrunkenen, ja, attackiert worden mit einem Messer und ist einige Tage später auch Mangelsbehandlung an inneren Verletzungen gestorben. Und der Wolfgang Riechmann hat hier sehr viele Sachen selber eingespielt, hat also, ja, Gitarre, E-Piano, Bass, dann einen Arp 2600, also einen vollanalogen Synthesizer, Arp Odyssey, dann Arp Sequencer und auch ein elektronisches Schlagzeug selber eingespielt und hatte noch den Hans Schweiß sozusagen mit einem echten Schlagzeug dabei. Und, ja, das ist, also ich finde es sehr schade, dass wir da nicht die Gelegenheit haben, von dem noch mehr zu bekommen, weil diese Platte höre ich tatsächlich häufiger. Also es ist eine sehr schöne Stimmung und macht mir von daher wirklich Freude. Ja, eine echte Live-Band, komplett, haben wir hier, das sind Bukati and the MGs, eine Platte aus dem Jahr 1977, Universal Language. Das ist das 14. von insgesamt 15 Studio-LPs dieser Band. Und Bukati and the MGs sind entstanden aus, im Prinzip, der Session-Band für das Stax-Record-Label. Also für Stax haben die unter anderem gespielt mit Rufus Thomas, Otis Redding, Sam & Dave, Eddie Floyd, Wilson Pickett und da auch große Hits eingespielt. Und das ist ein komplett instrumentales Album, was halt sehr, sehr, sehr grooved und durchaus auch funky ist und so weiter. Und, ja, also von daher ziemlich cool und auch ganz klarer Anspieltipp von mir. Die Farbe lässt es vermuten, jeder kennt das Pink Panther Thema und das ist von Henry Mancini. Und das Salvandini-Quartett hat hier die Platte Mancini Dry im Jahr 2008 produziert. Also mit lauter Kompositionen von Henry Mancini. Bei einem Titel gab es auch noch irgendeinen Co-Komponisten. Und, ja, da sind also die ganzen bekannten Sachen dabei. Das ist Breakfast at Tiffany's, Pink Panther Thema, dann Moon River und dann halt eben auch das Peter Gunn-Thema, was Mancini auch komponiert hat. Und wir haben hier eine Besetzung mit Massimo Salvandini, Saxophon, Paolo Birro, Piano, Ares, Tavolazzi, Contrabass und Alfred Kramer oder Kramer, was auch immer, am Schlagzeug. Und das ist eine Scheibe, die wirklich sehr, sehr schön zwingt, sehr schön grooved, ist toll aufgenommen. Habe ich häufiger schon auf Hi-Fi-Messen zum Vorführen benutzt und hat einen sehr hohen Mitwipfaktor. Ganz klar. Als letztes, und das ist dann auch, wenn man so will, ein bisschen so eine kleine Klammer, haben wir wieder eine Sängerin, die aus Israel stammt. Und das ist Dalia Lavi. Und dieses Album, Willst du mit mir gehen, würde ich sagen, ist aus einer Zeit, in der beim Schlager tatsächlich sowohl Text als auch richtiges Arrangement und Orchesteraufnahmen noch ziemlich wichtig waren, als es halt eben nicht nur einfach im Sequencer irgendwo fertiggestellt wurde. Und dieses Album ist aus dem Jahr 1971, ist das dritte von insgesamt 24 Alben, die Dalia Lavi bis 2009 aufgenommen hat. Und ich habe hier auch einen persönlichen Bezug dazu, weil ich tatsächlich diesen Titel des Albums, Willst du mit mir gehen, auf meiner eigenen Hochzeit im Standesamt gespielt habe. Und ja, ich finde die Platte insgesamt einfach sehr, sehr stimmungsvoll. Und ja, mit dieser Empfehlung und dem persönlichen Einschlag entlasse ich euch dann alle in das wohlverdiente Wochenende. Ich hoffe, dass ihr Erfolg habt beim Finden oder vor allem erstmal beim Suchen dieser Empfehlungen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.